Die Bachmann-Geschwister haben in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, geerbt. Doch das bringt ein Problem mit sich. Wie ihr in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, bereits sehen konnten, haben Philipp, Jörn Schlünvogt, John, Felix von Jascherow und Emily, Anne Mendnen, von einem unverhofften Erbe erfahren. Der Nachlass ihres Onkels erreicht die drei per Post in einer riesigen Kiste, die auf den ersten Blick nur voller Plunder ist. Auf den zweiten dagegen birgt sie einen besonderen Inhalt, der Philipp in den kommenden Tagen in die Bredouille bringen wird. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Dienstag, 12. Dezember um 19.40 Uhr im FreeTV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen! GZSZ! John bewahrt Philipp vor einem großen Fehler. Tatsächlich befindet sich in der Kiste neben allerlei Krempel ein Gin-Rezept. John ist voll motiviert, die Rezeptur gleich umzusetzen. Sein Bruder lässt sich von Johns Begeisterung anstecken. Unter Alkoholeinfluss erzählt Philipp schließlich von seinen Gefühlen für Jessica, Nina Enzmann. Nur hätte er sein Handy dabei besser auslassen sollen. Glücklicherweise hält John Philipp davon ab, der Blondine unter Alkoholeinfluss zu erzählen, wie er wirklich zu ihr steht. Allerdings hat das Gin-Tasting trotzdem Folgen. Obwohl Philipp einen heftigen Kater hat, kann John ihn davon überzeugen, den Gin ihres Onkels im großen Stil zu vermarkten. GZSZ! Philipp und Jessica haben eine Zukunft. Dass Philipp und Jessica sich in der Serie näher kommen werden, daran besteht ohnehin kein Zweifel mehr. In einem Interview mit RTL erklärte Schauspieler Jörn Schlöhnfugt jüngst, dass es seine Rolle in Sachen Liebe in den letzten Jahren schwer gehabt habe. Zuletzt scheiterte bekanntlich Philipps Versuch, bei Sunny, Valentina Pade, zu landen. Jetzt hätte Philipp es wirklich mal verdient, glücklich zu werden, so Schlöhnfugt weiter. Ich wünsche mir für Philipp, dass er endlich ankommt und sein Glück mit Jessica findet. Auch eine Hochzeit und Kinder wären toll. Das würde ihn nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank.